Hierher, Leute! Hierher! Und was wollte ich mit dem Bug? Komm, kleine Zeit, komm mit, mit mir! Wir stören jetzt die Berge, das ist cool mit dir! Es bringt über, wenn die Sachen rumgehen! Heidi! Wir müssen ja das unternehmen! Aber was? Ja, wir müssen zum Pfarrer gehen, damit der da oben war, nach dem rechten Tag! Aber wir gehen zum Pfarrer! Wir gehen jetzt zum Pfarrer und dann wird der dem Alten endlich die Lendita näher! Du, Heidi! Ja, Heidi! Darf ich bei dir bleiben jetzt? Ja, wenn's dir gefällt, bis zum Ende der Welt! Und einer liegt auf uns, wird! Dann werden die das Heidi-Bette-Daueln! Guck, Leute! Verschwinde! Jetzt rein! Aber nicht ohne Reihen! Und da kannst du nichts dagegen machen! Musik 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 Tschüss Musik 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 Ich bin das Heidi. Wie bitte, was? Ich bin das Heidi. Heidi, was ist denn das? Mein Anders, der Hiet, der könnte mir bestimmt helfen. Der weiß immer, wie man so sein kann. Darfst du wirklich? Ganz bestimmt. Die alte Frau, das ist die Großmutter. Ich habe doch gewusst, dass sie krank ist. Und jetzt stirbt sie vielleicht. Und ich habe ihr doch versprochen. Das Heidi ist schwer krank. Und jetzt?